Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Boss und wir zocken weiter Battlefield 4 mit einer besseren Laune und ja, hoffentlich schlechte Gegner. Alter, warum kann ich nicht im Boot einspawnen? Ich spawn mal bei Snickers. Ja genau, Snickers ist nämlich da, der Diorada ist da, der Diorada ist da und der Diorada ist da. Der Diorada ist da, 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 der Diorada ist da. Na klar, Sniper, oder? Und nein, also wir haben schon die Runde angefangen. Das ging mit einer, ne? 2 zu 1. Haben angefangen, glaub ich. Warum kann ich nicht bei Jona Tore spawnen oder bei Snickers? Hatten schon zwei Pfeiler. Ah doch. Der Pfeiler hat die Pfeiler. 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 die Pfeiler hat die Pfeiler. Du siehst falsch. äh da scheint ein heiliger Soldat zu sehen feste deiner Position nou feste die wheeler sind ein heiliger Soldat Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott, da war das nicht. Vorsicht nicht vorrücken! Ich hab ein feindlicher Vorsehege im Gesicht. Aber ein feindlicher Soldat zu sein! Nein! Alter Dostag, Hacker! Na, das darf doch nicht wahr sein. Und keiner geht mir wieder durch den Begriff. Was ist das? Hauptsache, ich pümmel im Wort. Und noch gar nichts. Ich muss den Helfer mal in der Lückenleckung zu geben. Ja, wieso schießt er noch? Obwohl, es sollten wir mehr machen. Ich vermute. Da oben auf dem Dach ist noch einer. Ja, da war auch ein Feindkreif. Es geht. Oh mein Gott. Lieber mal raus, jetzt halb Auto. Ja, zu spät. Dann wird ja das so gemacht, da hinten. Ja. Aufklärer. Bereit nur Zeit reden hat. Wir haben das gemacht als Aufklärer. Wir hauen uns einmal hier in den Auto-Fall. Versuchen wir mal von den Fettwatt. Wir gucken mal nicht hin. Einsatzstiel Alpha ist scharf. Lässt sich uns gar nicht stören. Und das wird letzte. Die beide weg uns ziehen. Hahaha. Alter, wie schießen die denn an? Das sind wir krass, oder? Ja? Ja. 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 Ich will das doch nicht wahr sein. Wer war hinter mir und snipet die Leute weg? Wer dich mich hier heranschleichen will? Wer war dieser Idiot? Keine Ahnung, du kannst bei mir joinen. Bei mir dürfts grad safe sein und ich bin da wo du gestorben bist. Bei mir ist aber auch grad safe eigentlich. Ich bin hier dran, wenn du nicht rausziehst. Ich mach jetzt keinen Fehler, oder? Nee. Bitte. Ja. Ich glaub. Ja. 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 Ja, das kommt nicht. Sniper, oder? Danke dir. Ja. Die hausse Massenhassenhassen. Er trifft doch fast alles. Bei mir nach hinten. Hab ihn. Ja! Eier Aua, 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 Aua! Das ist ein Schüsse! Nein, das war's! Bleeding Bald Man! So ein Lappen mit Level 24 und so. Ja, ich bin weggehalten! Da gab es doch einen hinten am Arsch, Starhide und Sniper, ne? Ja. Kann ja nur dieser Neo-Radar sein. Hey! Kann jemand denn spawnen? Ich hab keine Ruhe! Nope! Das ist ein Sitz! Eier! 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 Anscheinend ist plötzlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger. Sie reift jetzt das Einsentwahl an! Die Slyfer-Lage, wenn du was für uns spielst. Wenn du was gegen uns spielst. Ich schlage. Der Wunderschwein von E-Hola war ein, das ist so ein Wunderschwein. Ja, hast du! Einweg des Slyfer-Attacken und auf mich geschossen. Falle Fänger! Die Tür oben weg! Achst du! Und der Slyfer-Lage! Ich will ja nicht töten! Die Zeit ist alles weg! Aber ich fass nicht auf drauf! Alter, was darf ich Spaß? Ich hab die Tür noch weggeballert! Wisst ihr, ob ein Slyfer auf dem großen Drum da hinten ist? Ja, ich hab das Scheiß-Boot, ey! Jetzt geht's ab! Neo! Alter, Ziel-Bravo, refere-Lage, Minus, ich hab jetzt schon weggegangen. Na, ich bin grad schon, ich hab dann helped. ich hab ein. Ich hab dann auch noch einen Slyfer-Kunter-Jäger weiter! Die Tür, ich hab dann noch keine Ahnung. Ich hab den Schlafen gehört. Ich hab mich noch eine 불�ung, die Tür bin ich bis jetzt. Die Tür. Wir Metal sind... Die Tür! Wir haben den Sprengsatz an einsetzt Ziel-Bravo in Schlafen! Ich glaube ich. Delta! Siehst du? Ja! Nein, der will mich C4! Der will mich C4! Ich hab Schichtkontakt zu einem feindlichen Charakter! Östlich von meiner Position! Schmettingmesser ich nicht. Oder auch nicht, weil ich schon von hinten abgeschafft werde. Oh Mann! Ja, was ist das? Hab ich hinten Augen? Oder was? Ah! Das Boot ist einfach... Dieses Boot war in jeden Fall schon geflogen. Okay, dieses Boot ist einfach so überpowered, Alter. Oh ja, der Heli auch. Dieses Boot... eher. Hälter! Kommt schon! Ja! Ja! Russia! Ja! Ja! Für den Italiener eigentlich. Also... Italiener haben ja eigentlich gerade... Der Sprengler hat uns dann rein auf den Bravo angebracht! Aber wie geht das bei euch? Ja! 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 Das ist ein guter Dank! Weiß'nuller, der sehr schön ist. Ja, jetzt ist es spät, jetzt bin ich perfekt. Willst du denn hin? Komm sofort wieder her! Aber es ist kein Schwein, was hier da gelesen ist, hat er mir nicht von mir? Nein, 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 im Kampf bin ich mal daheim, warum bin ich mir da in der Todeszone gefangen? Hältst du in der Todeszone hin? Ja, bei der meiste Seite habe ich gesehen, da standen keine Schilder Todeszone hier nicht vorbeilatschen. Neu, ist top bei dir. Ähm, ich denke mal daraus, ja, ich bin nicht für den Tod verantwortlich. Da ist das aktuelle Einsatzziel. Natürlich. Das ist von dir scheinbar, ich weiß, ich habe hier schon zu zweit. Was machen wir da? Ich schau. Oh, was? Also, erstmal alles in die Fresse. Ha, komm. Das ist Gesichertstellung verstärken. Jupp, 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 jupp. Ich habe hier am Sack, Alter. Hier musst du eigentlich immer so weit weg Snipern. Man kann nicht bei dir spawnen. Oh, ich sehe hier. Ich bin so gerade ein. Geh, dann geht's. Weiter geht's, vorbei. Atem. Ich bräuchte ein bisschen Leben. Nein, Scheiße. Ich wollte killen, ich rächen, aber es ging nicht. Ich wurde einfach nur weg. Oh, na, Alter. Ich sehe nur so ein, zwei Zentimeter von so einem scheiß Schädel, Alter. Er kann mich wegficken oder was. Neonatorisch ist vorne bei dir. Keine Frage, ja. Ich bin ja an dem letzten Lehrer, ob du so gut bist. Ein bisschen. Ah, das ist ja ein bisschen. Ja, nee, wackelt Witz. Letztlich deiner Position sein, falls ich das schaffe, müssen Sie sein. Ja, das finde ich unnötig. Ich bin ja gerade. Stürmerndlisch. Normales bin ich eigentlich. Scheiße. Scheiße. Ich bin schon wieder gemein. Ich bin gemein aufgelegt, Leute. Also, bleib ich einfach nur still. 16, ey, mehrere Flügel. 16, 6. In diesem Fall bist du doch ein bisschen besser. Ich bin das als du einfach in den Kurs zu sehen. Ich bin ja auch schon mit dem Tür. Jetzt können wir das zusammenbringen oder sogar. Das ist ja ganz schwierig, ich bin das ganze Zeit aus geileina papier. Würde ich gerne, aber... Zum Beispiel sind die. Ist nackt mich hier die ganze Zeit. Wie wir gesagt haben. Das liegt daran, dass Pistolen im BD schlägt. Damit man sich im Nahkampf auch mal mehr verteidigt kann. Mit einem KM-Ford. Der 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 KM-Ford. mal, ich bin der erste. Nächste Runde mal richtig platt, Alter. Nun, bevor ich dieses Mal grüße, begrüßt doch bitte mal alle, damit ich hier die Aufnahme erinnern kann. Baba, ciao. Tschö. Und lieb. Ja, na gut. Bis nächstes Mal, Leute.